Wir sind zurück, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen weiter. Wir müssen genau dort hoch zur Pyramide. Und der Weg scheint etwas länger zu sein. Gut, wo gehen wir lang? Schauen wir mal. Können wir da oben was dran machen? Passiert so erstmal nischt. Na dann. Nein. Wohl nicht. Wohl nicht. Ich hab's verstanden. Komm schon. Hui. Wunderbar. Ja, mit dem Wagen dahinter. Geräuschlose Pfeile. Was geht denn hier jetzt ab? Kann ich hier irgendwas sehen? Irgendwas, was mir hilft? Wartet mal. Komm ich auch nicht weiter. Das haben wir auch liegen lassen. Aber hier ist nichts mehr zum Einsammeln. Naja, okay. Whatever. Warte, ich geh ein Stück zurück. Ist so besser? Nö. Okidoki. Also wir werden uns jetzt hier nicht tot suchen nach den Artefakten und so weiter. Ähm, wie gesagt, wir können immer wieder zurückkommen. Was wir sehen, nehmen wir mit. Und wenn wir was nicht sehen, dann ist das halt Pech. Ähm, wichtige Dinge werden wir dann ein andermal holen. Das sieht gut aus. Wie dafür gemacht, oder? Nun, gut. Hey, wieso kann ich da nicht dran? Hä? Wir, echt jetzt? Da komm ich nicht hoch? Kann ich sein. Also ehrlich, Freunde. So geht's. Naja. Whatever. Das war Gold. Lecker, lecker Gold. Auf der Seite irgendwas. Hand aufs Herz. Da kann ich doch niemals dran springen. Da komm ich doch nicht dran. Ach. Hier kann ich rüberlaufen. Oh. Das hab ich aber echt schwer erkannt. So. Den haben wir. Den hab ich gesehen. Die miese kleine. Ach so. Ach so. Der springt dann automatisch dahin. Ich dachte schon. gut. Dann hier dran. Komm schon. Komm schon, Mädchen. trödel doch nicht rum. Okay. Ist ja gut. Ich geh ja schon rüber. Ich geh ja schon rüber. What? Moment, Moment, Moment. Was ist das hier? Hier ist im Schatten. Da rennst du so schnell dran vorbei. Irre. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brach. Und wurden, ne, ihr wisst schon. Alles klar, das sind diese Dokumente dann auf dieser Karte. Schön, 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 schön. Haben wir. Was gibt's hier? Ach ja, die Geschichte. Nice. Ich liebe Tomb Raider. Ich find das so geil. Ich werd auch den ersten Teil noch let's playen. Ich hab den zweiten ja schon gemacht. Jetzt hier den dritten und der erste kommt auch. Ich hab den sogar schon mir günstig geschossen. Ich glaub für, der waren das sechs Euro oder so. Gut. ne falle. Wo eine falle ist, ist meistens noch ne zweite. Wenn sie auf jeden Fall so offensichtlich gelegt ist. Alles klar, da geht es weiter Hä? Ich dachte eigentlich Das wäre woanders gewesen, wird die nicht gerade woanders angezeigt? Egal, wir haben das Färtsch So wie das sein muss, mein Adlerauge halt Perfekt, also Wir können darüber springen Oder da hoch springen Erstmal nehmen wir Anlauf Nein, wir können nur hier hin Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören Hat sich irgendwie gerade erledigt Erstmal alles mitnehmen Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören Bevor wir was zerstören Das einmal rum Glubschi glubschi machen Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören Oh Mann ey Ja, wir wissen es Das ist wie beim zweiten Teil Wenn man auf den Fokus geht Dann fängt sie jedes Mal an zu labern Ob das clever war Dann fängt sie auf die Trümmer 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 Warte mal, geht es so vielleicht? Jetzt müssen wir irgendwo drehen mit unserer Hacke, Hacke, Picke. Eine saubere Umlenkrolle. Aber wie drehe ich? Wir können nur eins? Das ist natürlich mies, warte mal, kann ich den drehen? Ja, dann kappt das andere automatisch. Dann ziehe ich das jetzt hier oben hoch, ja? Ach, hier, okay. Hab ich verstanden. Der Wagen kippt um. Ja, soll er doch. Kann er doch. So, oder? Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Kruzifix. Ich glaube, ich hab's. Prinzipiell, warum sollte der umkippen, ne? Wenn wir uns, wenn wir das hier befestigen, dann würden wir ihn ja hier so rumziehen. Ich hätte mir einfach einen Arbeitsschritt gespart. Na ja, gut. Dann halt so. Adieu. Wir machen immer alles kaputt, ne? Immer. Regelmäßig. Lara kann nicht anders. Das ist in ihrer DNA so verankert. Erstmal alles zerstören. Nee. Darunter ist die noch am größten erstenhart. Das ist jetzt am Problem. Haben wir schon einen beachtlichen Weg hinter uns gelassen. Ein paar Pfeile gemacht. Schön festhalten, Mädchen. Ja, ich höre dich. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. Soviel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Hm. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus. Aber die Sterne sind falsch angeordnet. Also, Mädchen, ich wäre ja sehr, sehr vorsichtig. Das hört sich alles eher nach Weltuntergang an. Tsunami, Vulkanausbruch. Ja. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Endschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Muss uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. ... ... ... Nice. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren verstärkten Dolch. Moment. Nee, nee. Wir bleiben ganz ruhig. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ach, drauf geschissen. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Die wollen, dass wir uns abhetzen. Und nochmal. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluchen. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überpumpel gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wieso sticht sie auf die rechte Seite? Ich hätte sie mir ins Herz gestochen. Wer läuft mit der Pumpe? Wer läuft gut? Antwort endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Ja. Er ist fertig mit der Welt. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingereitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da, wo drin sein mag. Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rourke eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Der ist isoliert. Sehr schön. Verdammt. Keine Sorge, zieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja. Operation Blackout läuft in der Zeit vor dem Zeitplan. Tja, wo werfe ich ihn hin? Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Gut, nur einer läuft da hin. Inspektoren kommen. Bereit machen. Ich hab hier was. Melde mich wieder. Komm, nächsten Raster. Und der nächste. Puh, ich dachte, die haben mich gesehen. Lass wir den ganzen Scheiß mitnehmen von den Freaks. Können wir alles gebrauchen. Dokument. Nee, Stoff. Okidoki. Molotow-Cocktails. Nee, können wir nicht auf Halde mitnehmen. Alles klar. Hier oben geht's weiter. Und tödlich, Lara. Und tödlich. Ok, entsorgen wir die Leichen. Du? Hörst den Polizeifunkar. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Wolf und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu topenieren. Ja, das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war's das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Komm, bewegt euch. Nice. Hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Komm mal ran. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelfieh erschossen. Aber... Die Macht jagt auf uns. Findet den Mistkerl, der das war. Was ist da gerne außenposten? Ach, Scheiße. Ich seh mich lieber mal um. Verlass dich drauf. Fällt alles auf den Kopf. Verstanden. Bleibt mal ganz ruhig. Die erste Action. Ich will's mal ausreizen, ob die mich sehen können. Hm, vielleicht da. Sie können mich sehen. Komm jetzt nicht raus. Es ist keine Schande aufzugeben. Naja. Na komm ran. Bist du immer noch bereit? Der ist ja dämlich. Vollidiot. Wir haben mal wieder eine Menge gelernt. Ich würde ja die Waffen mitnehmen. Aber kann ich nicht. Schade. Meins. Und die könnte ich mal kaputt machen. Schauen wir mal, ob die irgendwo angegeben werden. Nope. Ich weiß, im zweiten Teil gab es eine Passage. Da konnten wir die definitiv kaputt machen. Gehen wir hier oben lang. Es ist also von Vorteil, nicht entdeckt zu werden. Wie das denn? Ach so, das sollte so sein. Oh, die Taskforce kommt. Ziel gesichtet. Ich habe Helikopter immer gehasst. Ich habe dich eingekramt. Die Fensivposition gefährdet. Aber guck dir rum. Feuer einstellen. Glaub sie ist... Ach, ich habe... Ich habe eine Gewehr. Habe ich kein Schuh gekriegt? Ich wollte schön mit dem Bein und Bogen. Los jetzt. Deine Schande aufzugeben. Na ja. Autsch. Er hat doch jemanden erwischt. Ey, ganz ehrlich. Hat denn der Panzerfaust? Feuer. Ich wollte hier schön gemütlich lang eiern. Ach, scheiße. Scheiße, da sind noch mehr. Oh, 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 weg, weg, weg. Okay, Zielen will gelernt sein. Da sind noch mehr. Die machen erst mal einen Lootgang. Vorne bei den Freaks konnte ich bestimmt noch was mitnehmen. Nope. Alles klar. Wie kann ich nach dem Boden wechseln? Wie war denn das nochmal? Moment. So. Bogen wechseln. Verdammte Scheiße. Ja, genau sowas. Oh, wir haben sogar eine Shotgun dabei. Wenn ich das gewusst hätte. Ah, den haben wir von hinten. Jetzt ist er hingeglitscht. Ehrlich jetzt. sauberer Glitsch, mein Freund. Na, komm ran. Gucken, ob der auch glitscht. Das ist der letzte. Nehmen wir die Pistole. Hab ich jetzt Bock drauf. Ne, die Shotgun. Da kann's genauso gut aufgehen. Hoffentlich waren das alle. Nice. Bleiben wir mal durch. Hier durch. Gut. Perfekt. Mehr oder weniger. Haben wir auch mal ein Feuergefecht gesehen. Sechs Schuss. Das alles. Läuft. Drüben. Da bin ich voll. Was haben wir hier oben? Kommt denn mit? Das hier sollst du mitnehmen, Lara. Komm schon. Wunderbar. Bisschen Heilung. Heilung für Papa ist immer gut. Voll. Gut. Gehen wir weiter. Drum kann ich nicht weiter. Da auch nicht. Also hier lang. Gut, Freunde. Für heute war's das. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich. Und bin raus. Das war's. Vielen Dank. Ja.